Ein herzliches Grüß Gott im Voralpenland vor den Toren Salzburgs. Ein Steinwurf von München entfernt, entführen wir Sie in das atemberaubende Berchtesgadener Land. In ruhiger Randlage des idyllischen Marktes Theisendorf liegt unser Kolping Familienhotel Haus Kingau. Wir laden Sie ein auf eine Rundreise durch unser Urlaubsparadies und versprechen Ihnen schon jetzt einen unvergesslichen Aufenthalt. Unser Haus verfügt über 230 Betten, die sich in Familienappartements, Doppel- und Einzelzimmer aufteilen. Selbstverständlich verfügt jedes Zimmer über ein eigenes Bad und WC. Damit Sie es von Anfang an besonders komfortabel haben, sind alle unsere Zimmer barrierefrei mit einem Aufzug erreichbar. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Und damit Sie Ihren Urlaub bei uns von Anfang an so richtig genießen können, verwöhnen wir Sie morgens, mittags und abends mit einem reichhaltigen Buffet. Unsere Küche legt besonderen Wert auf regionale Zutaten. Der Einkauf erfolgt überwiegend bei regionalen Anbietern. Selbstverständlich ist unsere Küche auch auf besondere Ernährungswünsche eingestellt. Neben täglichen vegetarischen Essen darf natürlich der original bayerische Schweinsbraten nicht fehlen. Egal ob Sonne, Regen, Schnee oder einfach nur aus Spaß an der Freude. Bei uns kommt jeder auf seine Kosten. Bilder sprechen für sich. Egal ob jung oder alt, sportlich oder ruhebedürftig. Auf dem weitläufigen Areal findet ein jeder seine Entspannung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nicht nur Urlaub, sondern auch Tagungen, Familienfeste und die unterschiedlichsten Gruppen finden bei uns im Haus den optimalen Rahmen. Modernste Tagungs- und Gruppenräume in verschiedensten Größen, bis 240 Personen, stehen Ihnen zur Verfügung. Nach getaner Arbeit oder einfach mal zum Ausspannen, lädt unsere Bibliothek nebst Ruheraum ein. Nicht nur in der besonders stimmungsvollen Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über feiern wir mit Ihnen die kirchlichen Festtage in unserer hauseigenen Kapelle. Wie man Feste feiert, das wissen wir. Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst darf natürlich eine zünftige Brotzeit bei uns in Bayern nicht fehlen. Sie haben ein Urlaubsziel der Extra-Klasse gewählt. Ausflüge und Sehenswürdigkeiten stehen in schier unendlicher Vielfalt zu Ihrer Verfügung. Unser vom Haus organisierten Familienskikurs im winterlichen Skigebiet Göttschen. Auch hier werden Sie in der hauseigenen Skihütte in gewohnter Weise rundum verwöhnt. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ob die Kurstadt Bad Reichenhall mit Saline, Kurmittelhaus und Gratierwerk. Die weltbekannte Mozartstadt Salzburg mit ihrer beeindruckenden Festung und Altstadt. Unsere überaus reizvolle Landschaft mit Bergen und Seen bieten Erholung und Erlebnis für jeden Geschmack. Rund um Deutschlands wohl imposantes Bergmassiv, dem Watzhorn, reihen sich eine Vielzahl an hochkarätigen Sehenswürdigkeiten. Eine Schifffahrt auf dem Königssee ist zu jeder Jahreszeit ein besonderes, unvergessliches Erlebnis. Atemberaubend auch der Ausblick vom geschichtsträchtigen Kehlsteinhaus. Hochspannend die Führung durch Europas längste Burganlage in Burghausen. Wer erinnert sich nicht an den Ausspruch, wir sind Papst? Nutzen Sie doch die Gelegenheit, auf den Spuren unseres Papstes Benedikts von seinem Geburtsort Marktl über den weltbekannten Wallfahrtsort Altötting nach Traunstein zu gehen. Sie sehen, selbst die Möglichkeiten im Berchtesgadener Land sind schier unerschöpflich. Die Bilder sollen Spaß auf mehr bereiten. Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrer Urlaubsplanung. Lassen Sie sich von uns rundum verwöhnen. Wir sagen für Gott und freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen bei uns im Haus Chiemgau.